Ich glaube ein einfacher Deathmatch Modus wäre vielleicht auch ganz gut hier. Warum nicht? Ja, wenn der Map entspricht ist, ja. Beagle war Tipps, Sir. Ich weiß nicht, ob Jekyll ist. Hör mal, du sollst Lotto spielen. Ja, ich glaube auch, ey. Ich setze mich hier hin und dann sehe ich einfach Jekyll vor Augen und dann weiß ich sie nicht. Als hätte ich es geraten. Warum sollte man Amaru sperren? Das ist eine Frage. Happiness 1 heißt er. Gut, dass er hier nichts zu sagen hat. Haha, Lesion. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Auch nicht Caveira. Du kannst so viele Vorschläge machen, wie du willst. Die werden eh ignoriert. So, jetzt könnte es eventuell Clash werden. Oder Lesion. Oder Caveira. Obwohl, Lesion habe ich es ja nur einmal gehabt, ne? Könnte jetzt aber vielleicht so ein neuer Meta sein, aber genug YouTuber sich bei Lesion aufregen. Kann ich ja gar nicht Caveira spielen, das ist doch blöd. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf gehabt. Dieses Match nicht. Wobei das halt auch in Tower oder so geiler wäre mit Caveira. Ja. Ja. Ahhhh. Hm-hm-hm-hm. Ja, ich will mal Thermite hier. Und jetzt? Lässt er sich zufällig eingeben, Alter. Nein, nein, Doki, genau. Nein, nein, Doki, genau. Komm, ziehen wir nicht so Doki-Spieler an, ey. Das ist doch nicht normal. Doki ist nicht schlecht, um das Willen, aber... Ja, gewinnig. Macht aber keinen Sinn, wenn man allein spielt, weil das... Wenn du keine Ansage machen kannst, wann du zündest und wo und hin und her, dann ist es halt auch schon deutlich schwächer. Als es sein könnte. Ich glaube... Ja, Train. Ihr Drone hat eine Bombe gefunden. Ach, wir haben Mosi. Ja. Motzi, Motzi. In 10 Sekunden. In 5 Sekunden. In 15 Sekunden. Schaut aus... Bei questo Margir situation. up uns zu die 들어가Standmaube Nearby. Ich glaube, die haben Valkyrie, ja? Ja, können gut sein. Ja, können gut sein. Fuck, hier ist ein Mute. Okay, liegen Frostfallen. Hier steht ein Mute-Gerät an der linken Wand. Aber im Raum hier vorne selber, in Bombe-Arts, keiner. Wenn du mir also hier rein smokest, voll, weil du auf den Boden... Ich habe Mossi. Direkt vorn auf den Boden? Ja, ja, hier rein, dass ich dann kann rein springen, dann kann ich planen. Ich plante. Ich plante weiter, mich hält nicht so aus. Ich plante weiter, ich plante plante. Ich plante, ich plante, ich plante, ich plante. Ich guck raus, ich bin freiheit. Feuerbolzen müssen entschieben. Oh, ja. Ich bin über Trains an der Luke. Ich blende mal rein, Vorsicht. Super geil, Leute. Du bist ja geil, ey. Ist ja aber lustig, wenn du dir so eine Kandelle anguckst, kriegst du einfach ohnmächtig umfällst. Bok. Naja, wenn er jetzt nur noch 5 HP gehabt hätte oder so, hätte ich das gerade töten können. Wenn du ihn wirklich triffst. So 3 oder 5 oder so, macht es ja, ne? Hm. We need to locate a bomb. Ganz oben, ne? Ja, das ist gar nicht so einfach, das Ding anzugreifen, solltest du oben verarmert haben. Ja, Bosi hat mich. Mich nicht, mich abhut. Mich schon. Meine Drohne wurde zerstört, ich musste nicht mit ansehen, wie sie gekrapert wird. Insertion in 10 Sekunden. 5 Sekunden bevor insertion. You found a bomb. Think your way to its location and defuse it. Not the new magazine. Not the new magazine. Waaah f**k F**k Das ist hinter der Bahn Flash ist da Flash ist da Ich hab sie Der Dock war in der Bahn Und jetzt? Der Defuser liegt ja hier vorne Das kann ich dir erstmal nicht sagen Aber ich hab hier das Clash weggeholt Die Alte hätten uns schon aufgehalten Ich wollte jetzt hinten Nein da kommt aber Ah fuck Wo war der? Hinten durch Ich dachte du das Dach sicherst dahin Ne ich hab die andere Tür gesichert Da wollte ich gerade rausgehen Dem Fenster war ich nicht Ich hab dich aber hinter mir gehört An dem Fenster Ne dem Fenster war ich nicht Ja Fuß war da Links Docks der letzte Zwei Gegner noch Jetzt hab ich was gehört da ja Boah der Kopf zu spät gesehen ey Da wär echt einfach zum Defuser rennen Wahrscheinlich noch der sicherste Weg gewesen ey Wie traurig sind das? Ja Oh man Ich denk jetzt versuchen sie Eisenmann nochmal Vielleicht Ja Okay also eine Finca Ladung können wir schon mal abziehen Weil der wird das jetzt jetzt boosten Wenn wir noch die Ojekte laden Oh Küche Küche ja Okay Da ist wie jetzt ein Mosse Ding da vorne ey Da ist wie jetzt ein Mosse Ding da vorne ey Ten seconds to go Five seconds Proceed to bomb's location and defuse it. Reload! Charge ready. Activating adrenaline search. Wake up. What? What happened to us? I'll be sure. Okay. I'm over you, Eagle. Very good. Scheiße. Von hinten, von der Treppe. Nied. Scheiße. Nein. Defuse it. Defuse it. Ah, Scheiße. Was schaffen sie? Diese Kack-Frostfalle, Mann. Oh, ne, so knapp, ey. Fuck. You've been disabled. Mission is a failure. Der Schnellmillisekunde früher in der Küche gekommen. Hättest du einen gehabt von ihm? Ich weiß nicht, ob ich heute runter springen soll, weil ich war mir nicht sicher, ob wenn ich meine Ladung zünde, ob das das Diffusion unterbricht. Weißt, wenn er geblendet wird. Ne, das unterbricht nicht. Was eigentlich auch keinen Sinn macht, ne? Er braucht ja das Gericht ja noch halten. Okay, dann weiß ich auch nicht. Wohin gehen wir? Kamin, Bergbau? Oder Lesesaal? Wo ist denn die zweite beim Lesesaal? Auch im Kamin. Das Esszimmer. Ach so. Küche würde ich sagen. Küche? Küche? Ja, Küche können wir machen. Ah, Mann ey. Ärgerlich. Na, es war echt knapp. Ich hab den einen sogar noch gekriegt, ey. Scheiße. Ich hatte zwischendurch auf Freddy Fire, weil ich unseren eigenen umgeschossen hab. Aber es war aber schuld, dass wir vorher eingerannt haben. Ja, aber mein Sound ist wieder verkackt. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht bindet. Ich bin ja gar nicht bindet. Ich bin ja gar nichtЧ repaired, dich noch gebollt. Ich bin ja gar nichtbinary, ich bin ja CAN. Pulsieren. BDD Pride,wyn weaide klar? Das ist auf die Uhr auf. T escapes dich. Und da wurde gerade gedrohend. Und da wurde gerade gedrohend. Und da wurde gerade gedrohend. Oh Gott, Hilfe. In der Bäckerei sind zwei. Der ist down. Da müsste einer down sein. Umgang. Aber ich gehe jetzt nicht raus. Ja, wäre auch irre. Ja, der eine ist wieder aufgehoben. Oh, die sind beide da hinten. Ja, ja. Nein, ein Untertitel des Sledges. Das sind die ganzen Dinge. Oh, der ist vorhin schon reingeladen. Ich bin schon wieder normal dumm, wenn wir sie es kriegen, ey. Ja. Haha, sauber. Ging doch nochmal gut. Was jetzt? Kamin, Bergbau. Was ist die Traits? Hm. Ein bisschen eklig, aber probier was mal. Ja. Ähm, Mute. Pass auf. Oh, das ist eine schöne Idee. Mit Castle zusammen. Ja, natürlich, wenn sie einen Fletcher haben, ist die ganze Sache egal, ne? Aber... Ja gut, klar, aber so ist es nicht wie das. Das haben sie aber immer. Ich mache schon mal Fenster auf. Hier, mach mal die Luke zu. Wo soll ich noch? Äh, hier drüben an einem anderen Fenster, würde ich sagen. Dann können sie hier nicht so rein. Ach, es wäre nur noch eins, stimmt. Dann mache ich hier die Luke auf. Die Esszimmertür vielleicht. Ich habe hier noch eine Bombe. Jo. Jo. Ähm, wollt ihr nochmal rein? Ne, ne, ich komme immer rein. Marc, kannst du hier hinten noch die Wand muten oder hast du keine mehr? Ich muss da wieder klar. Ha? Hab ich noch, klar. Ja, wo ich bin. Wie ist das Fenster, kann ich auch nochmal mitnehmen? Das Fenster. Ja. Das Fenster. Ja. Das Fenster. Die haben übrigens noch Twitch für mich, wenn sie den da haben. Ja, ist offen. Das Fenster. Okay. hier kannst du es sehen du kannst du kannst du es sehen du kannst du es sehen du kannst eine twitch-drohne gedownt worden twitch liegt draußen vorm fenster eine twitch-drohne habe ich die gegner hat vom gang aus durch die wand das wäre ich nur glücker da brauche ich gar nichts darauf einlegen jetzt ganz oben was man hier beides vornachteile die luken verstrom mit kait vielleicht zumindest die eine geht nicht weil wir nicht von oben verstärken können da steht doch mal wieder wenn zwar so ein operator noch geben würde der luken und verstärken könnte das ja richtig gut weil dann könnte man nämlich so was echt machen ja richtig so was wir aber so dran schießt da weiß ich das aus na ja genau secure the bombs Okay. stimmt mit dir nicht voll wach luke hier im treppenhaus haben sich aufgemacht ja die du könnten auch also die luke da ist eine drohne runter gekommen und da sind die tür zu ja dazu gemacht ist der stock schreibt da eben gestorben ist naja da ist auch bei vom vom ig gerade ding ausgelöst worden über diesen drohne hinter dir ist er war sie gekommen sondern getroppt noch einer getroppt zwei leute gegenseitig erschossen so gut da kommen sie beide von einer seite an der kommen kann ich es dir sagen mag es ist drin sind beide da so doch hier die verlängerung ist ja noch nicht der dreck gekriegt hat ja ich habe auch wien geballert das hat die überhaupt nie interessiert ich habe es auch nicht erwischt ich meine ich wusste ja dass sie da ist aber dass ich da komme war ja nicht so klar der dreht sich um und direkt das mög so wie eben am ende aber sind türen vergasen weil sie so lange überleben da sagst du was ist gar nicht so einfach ich habe auch eine ich habe auch eine die 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 hauptein gehauen wir hier kein gesehen scheiße nein ich bin da und wo sind die denn hier ich bin aber in dieser kleinen besenkammer ich weiß nicht ob hier einer kommt mich zu finishen ja wie so angeballert schon es ist heute ein schuss und ich liege die bana ist in der bäckerei hat ich hab blockiert da rennt doch da nicht raus schon wieder vier assist ist noch einer umgang hier sophia kommt der ist nicht sauber der happiness ohne scheiß sehen wir nicht oder so keine ahnung schlappig ich bin auf einem schlappig klemm 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 Planting Links rum war einer hinter der Theke Ja Ja, da Ja Bist du da aufklopft? Hab ich das gehört? Ich kann mich nicht erinnern Ich hab's gehört Was wär im Tunnelmodus? Vielleicht Ja, mal wieder Es sind in jeder Runde Nur so ein, zwei Leute Die mega stark sind, ne? Die wir heute hatten Der Rest geht eigentlich Aber es sind nur so ein, zwei Leute Die betreiben immer Und auch unser Happiness hier Der hat für den merkwürdigen Scheiß gemacht Der rannte einfach über den Gang Und schrotet einfach jeden weg Als wäre es überhaupt nichts Hm Vielleicht hat er das gesehen? Ja Ja Ich weiß nicht Das war schon etwas merkwürdig Dass sie ihn halt irgendwie nicht gesehen haben We need to locate a bomb We need to locate a bomb Your drone is found a bomb 10 Sekunden to go 10 Sekunden to go 5 Sekunden to go 5 Sekunden to go 5 Sekunden to go 5 Sekunden to go Proceed to bomb's location and defuse it Die Bäckerei ist keiner direkt Okay. Welten ist Clash? Wo? Kommen sie zu falschen? Hinten im Gannenkanal, hier irgendwo. Hedgehammer, bitte. Hedgehammer, bitte. Danke. So, next way. Da kommt Clash, hier über den Gang. Ah, eine Clamer habe ich da hingestellt. Die würde da wohl nicht drüber gehen, denke ich mir. Na mal gucken. Na, lass aber nicht drüber. Äh. Clash habe ich. Frost hackt. Man kann Frost durch töten. Okay. Ein ganz Magazin. Boah, jetzt noch einer. Ach, der Treppe, ey. Ja, F***, ich habe Frost gedauert. Der, keine Ahnung, ich muss mir ein Video mal angucken. Ich habe den ganzen Magazin reingedrückt. Aber rücken zu mir steht und das ist dann gar nicht. Ja, ich habe gedauert, aber dass der jetzt hier von der Seite kommt, das hatte ich nie auf dem Schirm gerade. Ja, der hat mich gerade weggeholt von der Seite. Weil der andere war da in der Küche, nehme ich auch noch in diesem Vorraum. Ich habe mich zu spät umgedreht. Sekunde früher hätte ich ihn vielleicht gekriegt. Ja, drei Runden, drei Niederlagen. Die waren alle Silber? Können wir gar nicht vorstellen. Dreck, Mann. Ja, drei Matches noch. Ich brauche noch fünf. Ich brauche noch drei. Ah.